Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 19.07.2024 und unser DAX wurde trotz Auftauchversuch wieder in die Tiefe vertrieben, hat hier ein paar Boote gesehen, ein paar Amerikaner oder wie auch immer, die nach unten schubsen wollten und sich dann wieder in die Tiefe verkrochen. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass wir uns vorstellen könnten, dass der DAX zum Donnerstag ein bisschen weiter auslädt, ein bisschen größere Volatilität oder Schwankung auch an den Tag liefert, haben über die 390 gesprochen, dass die nochmal gut nach oben reagieren kann, haben auch über die 600, 580 gesprochen, dass die hier oben noch erreicht werden kann, unnäher von dort aber auch wieder komplett nach unten zurückgekippt werden kann. Wenn die 390, 400 hier nicht hält, haben wir gesagt, kann er in die 335, 280 rein. Nein, so richtig komplett bespielt hat er es nicht. Was wir aber gesehen haben, ist die 390, die verteidigt wurde, hochgetreten wurde, dann hat er hier den Gap-Kloss nicht ganz geschafft, ist 40 Punkte vorher umgekippt worden mit Einsätzen, US-Handel, wir haben auch kurz nach 15.36 direkt umgekippt, durch die 400 durchgefallen und in diese Supportzone bei 335, 280 rein. Und dort steht er jetzt zum Freitag zum Kleinverfall. Vergesst das nicht, wir haben Kleinverfall. Das ist insofern wichtig, weil die Verfallswoche eine sehr regnante Verfallswoche ist. Also dieses Gezerre und Geschiebe, was wir sehen, diese starken Gegenbewegungen auf beiden Seiten, der ist sehr hoch wie runter. Massiv hoch schieben, dann wieder runter, immer wieder starke Gegenbewegungen runter, hoch, runter, hoch, runter. Am Ende immer noch nicht diese Bewegung wieder ausgekontert, also sogar noch eine leicht bullige Note drin, obwohl er untertäglich sehr schwach wirkt. Das ist sehr typisch für Verfallswochen hier, auch von der Fehl-Signal-Dichte, die wir haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Verfallstag vielleicht etwas mehr Beachtung findet, wieder wie die letzten Verfallstage. Denn die letzten Verfallswochen waren relativ human immer wieder gewesen. Also das ist durchaus wieder eine Verfallswoche, die im Namen alle R macht. Ja, und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Freitag wieder ein bisschen prägnanter wird. Ja, und vor allen Dingen auch die Woche nach dem Verfall sehr deutlich sich von dem abheben kann, was jetzt hier die Woche passiert ist. Auch sowas hat man sehr oft in der Vergangenheit gesehen, ja, dass nach der Verfallswoche der Markt einfach irgendwie wie losgewechselt um. Wir haben zwar nur einen kleinen Verfall, aber wenn wir schon die Signale vom Markt kriegen, braucht man bloß bei den Amerikanern reingucken, wie asynchron die laufen halt. Nein, das ist garantiert auch bloß auf Fallstagsgetrieben. Das wird sich auch wieder nach dem Verfall matchen, ja, dass sie wieder ein bisschen gezügelt zusammenlaufen dann. Vergesst das nicht. 13 Uhr Verfall und dann noch die Aktienoptionen. Die 17.30 Uhr, amerikanische Optionen, die dann 22 Uhr abbrechen. Also ist genug Würze noch am Tag drin, die man hier einfach mit einplanen sollte. Ja, worüber wir stehen geblieben, wir haben gesprochen, was wir gestern gesehen haben, wir haben darüber gesprochen, dass wir einen Verfallstag haben. Ich würde das jetzt erstmal weiter behalten, dass wir auch uns für den Freitag mit, wenn, dann, hier und da vorbereiten. Hatte das gestern auch nochmal ein bisschen versucht herzuleiten, auch mit Zeitwärtsmustern und so weiter, Marktphasenableitung, das nächste Woche eben auch ein bisschen von der Phase sich einfach, von der Marktphase sich abändern kann. Das hat gestern nicht jeden geschmeckt, das habe ich an den Kommentaren gesehen. Ich würde das aber so trotzdem beibehalten, weil ich schon am Ende bin, dass ich den meisten so mehr helfe, wenn ich euch auf alle Szenarien vorbereite, die hier kommen können und die irgendwie reinpassen halt. Sei das positive Betrachtung wie auch negative Betrachtung und ihr das Beste draus macht halt. Und eben dann auch nutzt. Mir geht das nicht darum, am Ende zu sagen, wir haben das gewusst und wir haben das vorhergesehen oder wir haben das vollkommen richtig gelegen. Das habe ich auch noch nie gesagt. Dass wir total geil sind und die übelste Performance machen. So etwas habe ich noch nie gemacht. Mir geht es einfach nur darum, dass ihr vorbereitet seid, wenn der Markt fällt. Mir geht es darum, dass ihr vorbereitet seid, wenn der Markt fällt, wenn der steigt oder wenn der zur Seite läuft, dass ihr einfach wisst, in welchen Bereichen kann der sich bewegen, wo habt ihr die Kursziele. Und ich glaube, das gelingt denen, die die Analyse verstehen oder die sie verstehen wollen. Das ist ja das ganz Wichtige. Es gibt schon Leute, die wollen es einfach nicht. Die sind mit ihrem Leben unzufrieden, wollen hier rumstänkern, suchen dann irgendwie das YouTube-Video aus und bleiben so drauf hängen und ärgern sich da jeden Tag drüber, weil sie es scheiße finden. Das ist dann so. Das kann ich nicht ändern. Aber die Leute, die es verstehen wollen und die es auch verstehen, dieses Wenn-Dann-Denken, ich glaube schon, dass denen das sehr hilft und deswegen behalten wir das bei und fangen hier auch direkt mit dem ersten Wenn-Dann-Szenario an. Und das wäre, wenn unser DAX am Montag gut reinkommt, hat er das Zeug, dieses Tief sogar schon stehen zu lassen. Das Tief vom Donnerstag ist nämlich, dadurch, dass es in dieser Supportzone 335 zu 80 steht und rein vom Auge, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch seht, aber das triggert einen. Das Verhältnis von der Welle, das ist zu der im Verhältnis. Ja, das gibt es sogar, kommt, hier können wir mal FIBO drauflegen. Gibt es hier so Time FIBO, finde ich das. Warte mal. Wo findet man das? Hier. Hier. Trend-basierte Time FIBO. Könnte man jetzt hier überlegen und dann die Abwärtswelle zu der und das, ja, guckt mal, auf die Kerze, auf die Kerze, genau, wirklich 200 Prozent, also, die Welle ist quasi auf die Kerze genau doppelt so lang wie die Abwärtswelle und die beiden stehen ja schon super in der Harmonie zueinander. Ah, das, 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 die Kerze tatsächlich positiv notieren will zum Freitag, aber ich bräuchte ihn über 350. Ich will den, ich brauche irgendwie so ein, 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 idealerweise vielleicht sogar per Aufwärtsgap. Aufwärtsgap und das Gap offen lassen, auch wenn es nicht groß ist, ist das Beste, was er machen kann, wenn er sich oben strecken will. Das klappt am besten in solchen Situationen, ja, also, wenn er hier einen Gap über die 350 macht, er lässt das offen, Dann wären die ersten Ziele nach oben die 3,90, die 4,40, die 5,500. Und dann könnt ihr, wenn ihr besonders krass drauf ist, am Freitag noch probieren, das Gap zuzumachen oder macht es dann am Montag zu. Ja, wenn ihr das hinkriegt. Wenn ihr es nicht hier jetzt aufgebäumt kriegt, kann ihr das wirklich abschließen, weil das schön in Harmonie mit der vorherigen Welle steht. Aber ich brauche ihn über 3,50. Kriegt er das nicht hin oder prallt von der 3,50 direkt in den Gap-Kloss rein, macht ein neues Tief, würde ich das erstmal zur Seite stellen, abhaken. Die Erholungsziele bleiben zwar gleich, ja, 93, 4,40, 500, egal von wo er in die Erholung geht. Aber ich würde, wenn er das nicht annimmt und hier nicht nach oben verwandelt, würde ich ihn eher unten nochmal ein paar Stationen tiefer sehen. Das wäre dann 2,60, 2,50. Aber hier dann die untere Flaggenkante ist so eine Sache. Weiß nicht, hat ein, zwei Mal sauber aufgesetzt, beim dritten Mal schon dolle überrissen, dass das jetzt beim vierten Mal nochmal sauber klappen soll. Magisch ein bisschen zu bezweifeln. Es ist eine schöne Stelle, es ist ein Support, der kann nach oben reagieren, würde allerdings eher erwarten, dass der durchgereicht wird. Und dass dann vielleicht wieder so ein Verfallstag wird, wie der eine oder andere den raus in den letzten Jahren kennt, die dann komplett nach unten einfach eine fette rote Kerze reinstellen, auf Tagesebene. Und dann geht es erst am Montag wieder in die Gegenrichtung. Und wenn er das macht, dann würde er sich jetzt zum Freitag auf die 13,1,20, wahrscheinlich 13,1,30 durchparken. Das ist dann die Verbindungslinie aus den Tiefs hier, da, da, ja, das Tief, das Tief. Die Linie war gestern noch nicht drin, da habe ich jetzt hier reingezeichnet. Und das wäre dann wahrscheinlich das Ziel für den Freitag, beziehungsweise vielleicht sogar ein, zwei Punkte drunter. Ja, dass er da ein bisschen drunter sticht. Aber wenn er das nicht gehalten kriegt und sich die weiteren Tiefs, und er macht sich auch aus der Flaggenkante hier nichts, würde ich wirklich eher erwarten, dass der Richtung 1,30 auch laufen kann. Ja, das Zeug kennt er ja. Und dann hätten wir wieder so einen roten Verfallstag drin, wie man, also gerade im letzten Jahr, dieses Jahr ist noch nicht so häufig zu sehen gewesen, aber gerade im letzten Jahr war das ja sehr häufig, dass die Verfallstage gerade so richtig schwache Freitage dann auch mal waren. Können sich vielleicht die einen oder anderen noch daran erinnern. Ist für mich aber auch nur relevant, wenn der hier weiter auf den Tiefs rum hat. Wenn der über eine 3,50 geht, würde ich nicht unbedingt an den Short denken. Also ich würde wirklich ihm erstmal diese Erholungschance lassen, weil das für mich besser noch passt, als dieses jetzt komplett nach unten durchschießen. Das würde harmonischer wirken, wenn hier noch so eine grüne Welle nach oben kommt. Finde ich schon. Ja, finde ich schon. Und von daher würde ich dem dann den Vorrang geben. Aber ich will es auch sehen. Ich will es eben auch sehen. Wenn der das nicht zeigt, wenn der hier keine Stärke reinbringt und kein Aufdrehen hinkriegt, dann würde ich mich nicht auf einem Longfall auskappen wollen. Ja, gut. Dann soll es das soweit dazu sein. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wünsche euch viel Erfolg. Webinar machen wir am Sonntag für die Premium-Leute. Und ja, dann hören wir uns ansonsten wieder am Sonntag für die Analyse zum Montag. Bis dahin. Viel Erfolg. Tschüss. Tschüss. Bis dahin.